Ich freue mich, wenn jetzt dann endlich relativ bald so ein bisschen die RS-Offensive losgeht, Leute. Weil Ende des Jahres kommen echt die richtigen Knaller. Es kommen RS6, RS7 und RSQ8. RSQ8 wird jetzt dann auch demnächst vorgestellt. Dann bin ich auf jeden Fall gespannt, wenn wir das fertige Auto mal sehen. Wir sind auch schon dran. Wir werden auch einiges machen. Es wird ein Fest. Ich freue mich, wenn wir endlich RSQ8 haben. Sollen wir dann auch mal Nordschleife fahren? Ja, auf jeden Fall. Das ist dann mein neuer Arbeitsplatz, oder? Okay, wir wissen alle, dass ich nicht der neue Cutter vom Team All The Way Up bin. Aber ich durfte einen Tag beim Team verbringen. Wir haben ein paar coole Shots gemacht. Ich durfte mich ein bisschen austoben und wir konnten uns etwas mehr kennenlernen. Weißt du, was ich noch nicht gefragt habe? Hat die Brille einen Zweck? Hey, was geht, Leute? Ich bin Daniel Abt. Ich habe ein bisschen zu viel Reis gegessen. Also wundert euch nicht. Ich habe mein Audi abgestellt. Ich fahre jetzt kein Audi mehr. Ich fahre jetzt Toyota. Ja, was geht, ey? Also, falls ihr mich nicht kennt, ich bin der Bewerber Robby. Robby Is. Und hier ist unser Auto für den Tag. Mega cool. Geil. Was denkst du so, RSQ8? Bitte? Taug dir die Karre. Na, ist okay. Ist okay. Also, wir werden uns coole Aufnahmen machen und mit Daniel essen gehen. Boah. Kurz mal Finger in den Kopf. Jetzt schneiden wir raus. Ach, hier ist ja Daniel. Auch mal in der Firma angekommen. Schon direkt mal zum Start gedisst. Ich war schon in der Firma. Ihr habt schon mal ein bisschen was vorgelegt. Ja. Ich fahre pünktlich um 8 Uhr da. Können alle bezeugen. Jens, du kannst. Ich war sogar vor Jens da. Du warst um 12 da, oder? Was machen wir jetzt? Wir fahren jetzt erstmal mit dem RSQ8 in die Stadt. Gehen was essen, damit wir gestärkt sind. Weil, ich habe gehört, du bist noch nicht so Profi, was schnelles Autofahren angeht. Wer sagt das? Du bist schon mal schnell gefahren. Er meinte, er war nur so Halbgas und du warst schon... Du warst schon excited. Du warst schon excited. Also, jetzt hier mal für alle. Das schnellste Auto, was ich jemals fahren durfte, war ein Renault Megane RS mit 300 PS. Aber... Und mitfahren? Bist du auch schon mal irgendwas... Also, bist schon mal... Mitgefahren noch nicht so. Auch nichts. Also, alles über diese 300 PS... Also, da geht was. Da geht was. Ich denke mal, da können die mir helfen, oder? Da können wir dir helfen, ne? Wir werden heute RSQ8 fahren. Orca Schwarz mit Carbon Paket. 600 PS. Also, wir verdoppeln. Wir verdoppeln jetzt mal deine PS Anzahl. Wir verdoppeln auch das Gewicht, aber das ist egal. Wir haben aber auch trotzdem noch hier schöne Autos, ne? RS6 und RS7. Also, wir haben ja eigentlich gerade... Du bist eigentlich gerade im Auto im Himmel angekommen. Das ist echt gerade Traum. Das komplette Traum Line-Up an Autos. Weil bei uns gerade es drunter und drüber geht mit diesen Autos, ne? Die werden alle umgebaut. Da ist richtig Primetime. Aber es macht Spaß. Spaß aber, damit wir Abwechslung reinbringen. Weil wir mit einem Bewerber schon dieses Auto gefahren sind. Kommt jetzt der RSQ8. Und du hast schon Aufnahmen gemacht, oder? Ein bisschen. Ein bisschen. Möchtest du die jetzt haben oder später? Wann möchtest du den Leuten was zeigen? Hau mal ein paar mal rein, oder? Hau mal ein paar rein. Alles klar. Let's go! Minds. ... ... ... ... Erstmal herzlich willkommen im Allgäu! Woher kommst du, lieber Robby? Ich komme aus Offenburg, das ist bei Straßburg. Das ist? Sagt man bei euch auch das ist? Bei euch auch, oder? Bei uns sagt man auch dieses ich und dich. Das ist doch geil. Das ist doch super. Sagt der aus Münster kommt. Du hast einen weiten Weg auf dich genommen, um ins heute etwas kalte und leicht verregnete Allgäu zu kommen. Freut uns auf jeden Fall. Dein Video hat uns auch gut gefallen. Dein Bewerbungsvideo. Ich fühle mich geschmeichelt. Es war auf jeden Fall cool. Es hatte sehr viel Personality drin. Man hatte echt das Gefühl so... Ja und jetzt bist du hier, jetzt ist es okay. Jetzt ist es nicht mehr so, aber... Zurück gesisst. Endlich mal. Weißt du was ich noch nicht gefragt habe? Hat die Brille einen Zweck oder ist es eine Showbrille? Die hat echt einen Zweck. Ich brauche die beim Autofahren. Okay. Das fragt mich jeder. Darf ich es mal aufziehen? Ich will die einmal... Alter! Alter! Aber das eine Auge ist richtig krass oder? Das linke ist... Ja das linke, das geht. Das recht ist fast null. Du siehst aber seriös aus. Ja steht mir das? Könntest du öfter mal tragen. Ja wie bist du so zur Videografie gekommen? Erzähl doch mal den Leuten ein bisschen was, dass sie mehr über dich erfahren. Also man kann natürlich sagen, der Asiate mit der Kamera... Das ist ja... Aber irgendwie... Es hat mich halt mal interessiert. Mein Onkel hat mir damals auf eine Kamera in die Hand gedrückt. Und dann habe ich halt mal ein paar Videos mit meinen Freunden gedreht. Weil wir uns wie die größten Spielbergs gefühlt haben. Und dann ist es halt so weiter gegangen. Irgendwann kamen da ein paar Aufträge. Also alles so learning by doing mäßig. Ja auf jeden Fall. Das ist doch schon mal gut. Und jetzt aber du studierst immer noch? Ich bin noch Student, ja. Gerade im ersten Semester. Das zählt ja nicht als Studierendes. Dann bin ich auch Student gewesen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, dir ein bisschen was von dem, was ich so tue, zu zeigen. Nämlich schnell und sportlich fahren. Habe ich nur noch nie gesehen. Das wird auf jeden Fall... Alter ich merke es schon. Ihr wird richtig gewissen. Das ist geil. Ich meine es so lieb. Alles gut. Ja. Dann zeigen wir dir das mal ein bisschen. Und geben voll Gas. Wir gehen zu unserem Lieblings-Italiener in Kempten. Nein, das ist der. Claudio heißt der. Hast du mir angewiesen? Wo? Überall. In seinem Video. Er ist bewirbt sich und er macht heute ein Video. Den müssen wir... Wir waren gestern da, als ich beschwert, dass wir ihn nicht erwähnen. Deswegen erwähnen wir ihn jetzt. Wir droppen ihn einfach mal mit rein. Freut ihr sich? Claudio Instagram Game ist so gut. Dann freut ihr sich. Dann essen wir heute umsonst. Ich Claudio Farinello. Die Karabikbremse ist auch richtig schön. So. Erstmal Ballast abwerfen. Ja und halbe Stunde schlafen wir, wie das Mittags immer so machen. Ja gut, dann lasse ich euch mal fahren. Und Robby, dir viel Spaß bei deiner ersten 700 PS Fahrt. 600. Ich war noch im R6. Also, Peace, Rob. Hau rein. Viel Spaß. Genau, wir waren jetzt essen. Und jetzt... Jetzt bist du fällig. Drehen wir durch. Was ist die Höchstgeschwindigkeit, die du... Also das Schnellste hast du hier gefahren bist auf der Autobahn? 220. Okay, das schaffen wir. Das schaffen wir auch im Nassen. So, wir kommen jetzt noch besser hier. 150. Ja. 200. Jetzt haben wir deine 220 schon. So, erzähl was von dir. Hi. Ja, also. Hi, ich bin Robby. Ich mag lange Spaziergänge am Strand. 2,85. Ist okay, oder? Boah, war okay. Wie fühlt sich das für dich an? Ich meine, du fährst, ich sag mal, regelmäßig 300. Mittlerweile regelmäßig. Weil jetzt gerade so die ganzen RS-Modelle fahren wir bis unsere Hausstrecke. Weil das ist einfach... Hier ist perfekt, um zu heizen. Aber es fühlt sich für mich ehrlich gesagt nicht mehr so... Nicht mehr so crazy an, wie noch am Anfang. Weil man... Ist ja wie mit allem, ne? Man gewöhnt sich ja. Ja, genau. Man gewöhnt sich an die Dinge, ne? Aber würdest du sagen, es kann langweilig werden? Oder denkst du so... Nee. Irgendwie ist es einfach ein Reiz dabei? Nee. Langweilig wird es nie. Es macht immer wieder Bock, so zu fahren und den Motor zu hören und zu merken, wie das Auto irgendwie am Limit ist. Mir persönlich macht ehrlich gesagt am Limit Autofahren, also so in der Kurve, mehr Spaß, wie jetzt nur geradeaus schnell fahren. Das ist schon cool. Okay. Und natürlich auch irgendwie... Gerade auch für die Zuschauer, also gerade auch für euch ist es immer irgendwie... Man kann mehr Bezug dazu nehmen, wenn der auf Dach auf 300 steht. Und man sagt, okay, krass, das sind 300. Wie wenn du in der Kurve schnell fährst. Das spürt man als Zuschauer. Das ist schwer, das am Fernsehen rüber zu bringen. Ist auch generell im Motorsport. So, dass man einfach sich sau schwer tut, den Leuten zu vermitteln, wie krass das ist. Also Formel 1, wenn du drin rufen würdest, du würdest komplett durchdrehen. Du würdest wahrscheinlich in Helm kotzen. So extrem es ist. Aber man guckt es von außen an und denkt sich, ja, guck, ich fahre da ein bisschen schnell im Kreis. Lecker. Bin mal gespannt, was so in den Kommentaren steht. Was wir da so... Haut alles raus, Leute. Ich mag Kritik. Gibt es für was, was die Leute von dir wissen müssen? Nicht viel. Ich muss ehrlich sagen, ich habe zu Autos natürlich allzu viel Bezug. Aber es ist natürlich auch ein Thema, wo ich mich dann mehr reinfuchsen werde. Falls ich genommen werde. Aber ich meine, ich habe es meistens schon im Bewerbervideo gesagt. Ich meine, das haben wahrscheinlich die meisten gesehen. Sonst... Willst du mal verlinkt oder so? Wenn ich mal nicht in Kempten bin, bei Abt, dann bin ich daheim in Offenburg und mache meine eigenen Projekte. Hauptsächlich auch mit Autohäusern. Und deswegen fand ich den Job hier eigentlich ganz interessant. Ganz interessant? Eigentlich richtig cool. Mega. So. Schau, die lachen hier. Da ist Freude und Liebe. Hier, was ist das? Abgecheckt. Was wird denn das hier? Ui. Das wird das etwa ein neuer Channel, den wir jetzt hier unten in der Beschreibung verlinken. Damit ich an dem schon mal abonnieren, ey. Und hier, da haben wir uns ein bisschen was eingerechnet. Das hier ist unser Studio, wie man es nennen. Das da hinten sind lauter Merch-Samples, die kann man jetzt nicht zeigen. Und das hier ist so mein neues Ding. Hier werde ich so vielleicht dieses abgecheckt machen. Dann werde ich so ein bisschen hier, was geht ab. So, irgendwie sowas. Oder vielleicht auch Podcast oder wie auch immer. Ich wollte einfach mal so ein geiles Setup haben, wo man ein bisschen Spaß haben kann. Das ist noch nicht fertig so. Aber es wird zu langsam. Genau. Und zu guter Letzt, würde ich sagen. Aber wieder euren Weg wieder zurück. So, und zu guter Letzt haben wir jetzt hier noch unseren Showroom. Hier oben ist unser Motorsportmuseum. Hier unten ist unser Showroom. Wir haben echt ein paar sehr, sehr geile Modelle gerade da. Ich denke, das ist genug, um vielleicht für dich nochmal zum Abschied, um dich so ein bisschen auszutoben, falls du das machen möchtest. Ja, immer. Ich lasse dir auf jeden Fall die letzte Worte. Das heißt, du kannst dich jetzt ausformen. Und du kannst auch danach gerne noch was immer du möchtest sagen. Und ich verabschiede mich jetzt schon mal, ne, Leute. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich bin gespannt, wie der Robby Ease, ich finde den Namen ja schon mal chillig, wie er es so macht. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich gebe dir das jetzt wieder und volle Attacke. Es geht abt. Ich glaube, das war jetzt bald. Ja, ich weiß. Ich weiß auch. Aber irgendwie nicht. Bleib das trotzdem. Ich weiß auch. Das war's von Sporfschott. Eschi... оп. Eschi. App! Eschi. App! Eschi. App! Eschi. App! I'm all the way up